Die Daten, alle Daten sind veraltet. Alle Daten sind veraltet. Bilanzanalyse ist Leichenschau. Bilanzanalyse ist Leichenschau. Wir schauen uns Zahlen an, die in dem Moment, wo wir sie sehen, schon tote Zahlen sind. Immer. Irgendwann, manchmal sind die Zahlen noch nicht so lange tot. Und manchmal sind die Zahlen schon so lange tot, dass das Ganze schon stinkt. So tot ist das schon. Schon verschimmelt. Aber egal, wenn die Bilanz fertig ist, sind die Zahlen, die ich sehe, Zahlen aus der Vergangenheit, also tote Zahlen. Das liegt in der Natur der Sache. Weil eine Bilanz zu bauen, eine gewisse Zeit erfordert. Und dann gibt es noch immer gewisse Vorschriften, bis wann man das, was man gebaut hat, jetzt auch noch veröffentlichen muss. Tendenz ist hier, je größer das Unternehmen, je schneller musst du zeigen. Je kleiner das Unternehmen, desto mehr Zeit hast du. Das ist die Tendenz. Aber alles, was gezeigt wird, ist in dem Moment, wo es gezeigt wird, veraltetes Material. Das heißt, wir können hier allenfalls sehen, wo das Unternehmen vor einem halben Jahr oder einem Jahr, je nachdem, wie lange der Zeitraum zurück ist, gestanden hat. Mit den Einschränkungen, die wir vorher schon gesehen haben. Es ist ein Foto. Aber so ungefähr sehen, wo die gestanden haben, können wir natürlich schon, aber nicht mehr. Vor allem sehen wir nichts über die aktuelle Situation. Wir sehen nichts über die aktuelle Auftragslage. Wir sehen nur etwas über die Vergangenheit.